Novo Ceram, französischer Keramikhersteller seit 1863, stellt Eclipse vor. Eine Kollektion weißscherbiger Fliesen für Innenwände, die für die Gestaltung von Innenwandverkleidungen entwickelt wurde. Die sechs einfarbigen, pudrigen Farbtöne der Kollektion Eclipse verleihen jeder Wand mit Hilfe ihres einzigartigen Formats 40 x 80 cm einen diskreten Charme. Die sorgfältige Auswahl der Farbpalette, die Ecru, Beige, Taupe, Ocker, Grau und Blau umfasst, ermöglicht die Schaffung kontrastreicher und farblich abgestufter Effekte durch eine einzige Farbe oder die Kombination von zwei oder mehr Farben. Dieses dekorative Potenzial wird auch durch verschiedene dekorative 3D-Strukturen bereichert, die mit dem Ziel entworfen wurden, das Kalepinage zu bereichern. Diese drei Themen, Diamant, Sechseck und Welle, erwecken originelle Reliefspiele zum Leben und verwandeln die Wände in echte, vollwertige Dekorationselemente.